hallo und guten tag erst einmal allerseits boris doggy alter und bro untertitel je später der abend du alter hast dich schon mal gefragt warum ein fußballtor ausgerechnet eckig ist nö weshalb auch bro das runde gehört halt seit eh und je ins eckige überzeugen tut mich dein statement dazu jetzt aber nicht der ball ist immerhin rund wie kommt man da auf eckige tore das ist doch eigentlich völlig unlogisch ach nun hör schon auf bro runde fußballtore das geht ja mal gar nicht die könnte man dann ja glatt mit einem torbogen verwechseln ja und ich fänd's toll dann käme das runde endlich mal ins runde anstatt immer bloß ins gähnend langweilige eckige das ist jetzt nicht wirklich dein ernst oder sogar mein voller alter wobei in deinem fall wohl die betonung auf dem wort voll liegt denn so ganz nüchtern scheinst mir mittlerweile nicht mehr zu sein hallo kellner bringen sie uns doch noch fix eine flasche von diesem geilen gesöff nein hey alter hast du das gehört der kerl sagt doch tatsächlich nein dem arroganten fatz gepasst wohl meine nase nicht mit dem sollte mal jemand sofort gehen hart ins gericht was sagst du boris ach so das ist natürlich was anderes diese billige kaschemme macht gleich dicht nicht